Ja, Hallöchen, hier ist die Sylvie vom Wikingerhort noch mal. Jetzt sind fast sechs Stunden vergangen und man kann am Rand des Kessels sehen, dass sich die Färbeflotte schon ein wenig reduziert hat. Die Wurzeln der Pflanze Krabb quellen immer noch. Feuer halte ich natürlich immer noch klein, damit nichts schief läuft. Und jetzt zeige ich euch mal, dass die Farbe auch schon austritt. Dann muss ich mal die Kelle nehmen, eine etwas große Suppenkelle. So, dann gucken wir mal, ob wir hier was sehen. Wie ihr seht, ist da schon Farbe im Spiel. Ich freue mich schon, aber auch jetzt immer noch Ruhe bewahren und dem Ganzen auch Zeit geben. Nichts überstürzen. Ich sag mal, bis später. Tschüß ich euch da. Und dann geht's mal das Bild. Vielen Dank.